ja und wir wissen nicht weiter es gibt zwei wege zur auswahl wir können jetzt gehen in richtung dino wüste oder richtung märchen buchland ich mag die nuss aber ich mag keine märchen das ist zum märchen buchland gehen und da alles kaputt machen das ist unser nächstes ziel ich bin so kaputt hätte ich doch nur 15 grinsen buch nun ja ja hier blablabla 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 müssen wir gleich mal ändern danke es gibt mir schon viel besser ja ja mach auf die kacke märchen buchland herzlich willkommen laufe mobile schon wieder mobile die mobile ja oh die sind teurer 150 jahr 15 müssen ich kann das sagen nein hier nimmt unser geld nehmt es nimmt es alles aber ich habe schon gesehen die gold ist dabei gewesen die sterben lila springblume kürbis wie sie aber geheilt gesund aus blauer eimer blablabla 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 bla 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 ankleiden outfit sehen nicht nur cool aus sie schützen sogar vor schaden aber vorsicht sie halten nur ein paar treffern stand okay aber eigentlich nicht schlecht ich weiß nicht irgendwie fesseln sie mich nicht ja irgendwie waren die ja schießt irgendwie bezahlen ja aber hier ja ich brauche kein ausschritt ich habe nichts ja ich habe nichts denn wir sind joshis und wir sind nackt ich war tatsächlich gar nichts kann gar nichts anhaben blöder sexy klein das okay aber einer büro lehre und schreiben den erzfeind warum ist papa dein erzfeind ja ich habe mal einen kampf verloren gegen die dass ich mal praktisch gemacht habe da weiß man das stelle ist aber auch einer meiner herzfeinde weil ich schneide mich gerne daran sich an pappen zu schneiden tun viel mehr weh als an papier zu schneiden das ist wirklich so ich weiß nicht ja dann muss ich die auch noch umtragen das würde ich nicht tun ich habe damit gefallen getan aber ja außer wie ich so voll tot noch und dann kann ich die da habe ich natürlich gedacht so ich bin definitiv die personen die gerade getragen ich wollte sie töten 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 da habe ich los also passiert was ist da passiert und ich sehe was im hintergrund ich habe das gesehen das läuft was im hintergrund aber wir müssen doch hoch das ist einer dosen das ist eine dose ich glaube mani hey grüder joshi wie geht es ihnen wird es jetzt die frage und selbst aber ja ich gibt eine klatsche kann ja 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 warte hier die spitz das war ja das kann ich ein bisschen vielleicht hier sehen wir noch alle gleich auf dass sich der nächste flyer holt ich bin der könig da ist was ich wusste es ist er dann ich weiß es sind sie folgen sie können von mensch all diesen zungen ausreichend musste stammt attack auf die dosen machen klappen können versteckt ja ja ich habe dich gesehen schweig ja 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 rote eier wunderbar Oh Yeah The world Yeah No We're out Mm-hmm So Ja Ja Muss ich sagen dass die level verdammt lang sind Findest du nicht auch Alter Derby aus Ich kann gar nicht mehr Das hat man unter Seht was Erblickt Immer auf die andere seite Ich dachte da kann man rein Nein Schenk und längst Jetzt Mein sony aus Wie Dieses versteckt Da Da Also hast Eine Also Ganz Da haben Heute Ich Ich Kommen Er 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 aber jetzt nicht weiter ein ist nicht gestorben hast du ein glück war noch es ist so ein ei werfen in die fressplizale 20 ich habe es eingefangen hineingekommen ich brauche ich brauche Oh Nimm das dose warum stehe ich sonst in meinem weg kann man nicht Mütze Danke! die decke der welt dass die dicke zur welt ja so hoch ja angewiesen hinterhalt ja man ja man ja 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 wir sind meine recht aber knapp ja was er so stamm wange anfangen mit nämlich weil sie nicht weil ich es wollte dieser mone sieht so scheiße aus wir sind unzufrieden mit seinen herzen 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 mir die 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 ja in dem das war nur herz aber ich so schlimm dass es wirklich leichter schluffel schlaraffen land hoffentlich wieder ein schnuffel level warum hast du das gefühl du hast den nicht gast aber weil ich den so gast hast du ihn jetzt auch irgendwie ich habe den damals schon gehabt vor allen dingen joshis island weil er so scheiße es brot nom 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 demnste r20 als sind hin zu bringen es sind bunte bürger und zur wei ja also ist der fest nein alle gerne mich schlitter hochblumen die namen geschnitte geile münchen für alle 5 6 der ganze thema 6 ja ich habe schluss aber die münze weggebracht mancher tat versuchte da kann man glaube ich nicht was ist wenn ich das mache domino kommen alter blau sind meine stunden liegen lassen und warten erzähle ich die wüste teilweise ein bisschen krimp ist aber trotzdem das ist unfassbar mit der blube zu kommen wir jetzt zurück ja heute mit der blubab wie kann das wagen dieses mistig müssen gestorben ja wenn dagegen die dinge knallen dagegen gerannt also sicherlich müssen sich im luftweg ja und darf man nicht vertrauen habe ich so gewusst irgendwie besser die feine direkt zu eier werden ja ich habe mich mit einem da sind ganz viele brote jetzt können wir wie ganz große auf wo ist der rund total wer ist da wahrscheinlich gesehen schenke es habe ich platt gewollt hat mir will getan wie kann es war wie kann es war ich glaube ich das ist das das ist weg danke jetzt macht den anderen kompletter stillstand nein 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 geh weg und diese blau und und habe ich einfach umgehauen ich bin ich gut und ich bin von der untergefallen kann ich nicht trauen ja weil es gut gehe eine sache auf dem ziel online wurde nur getroffen ja aber egal du hast ja 20 gab es aber mit dem der hatte gedacht ist es war wieder einer dieser tage wo alles ziemlich deprimierend ist also nicht eine schöne ansicht ja einfach alles ja wie viele minuten haben wir 27 schon wieder 27 wenn wir uns mal zeigen wie wieder mal schluss zu machen und dann geht's ab zum nächsten level mit seilen ja dann sage ich mal dankeschön fürs zusagen und tschüss